Was geht, Freunde? Wir sind endlich wieder zurück. Es gibt einen neuen Wave-Vlog. Ich kann gar nicht mehr vloggen, actually. Aber wir sind back. Wir sind gerade am Yön-Jöpping-Flughafen. Wir holen jetzt Reason, Glubschi, Vadeal, Amar ab. Die pennen alle bei uns im Wave-Haus. Wird sehr cool, wird ein geiles Wochenende. Wir schauen, dass wir so ein, zwei Vlogs für euch raushauen. Wave-Vlogs sind back. Lasst jetzt schon mal ein Like, Kommentar da. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Reason kommt jetzt mit Glubschi an. Dann machen wir mit dem ein bisschen was. Vadeal und Amar kommt dann auch ein bisschen später. Oh mein Gott, Leute, wir haben Fokus-Lame getroffen. Wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Wie geht's euch, Leute? Und ja, lasst ein Like da, Subscribe, nicht vergessen. Und ja, alle, wenn ihr irgendwann mal Julian seht, gebt den Kuss von mir. Nee, Bro, das bockt nicht, Digga. Das bockt nicht, dieser NPCs. Love Hurts, Bro. Love Hurts, Bro. Love Hurts. Ich dich auch, Bro. Wie geht's? Servus. Alles gut? Alles gut? Alles gut. Du siehst beim Mega-Date aus, als du dir bist. Ich bin fein. Oh, sorry. Alles gut? Gut dir? Gut. Ich hatte erstmal Stress im Flugzeug. Ich musste meinen halben Koffer ausräumen, weil der in den Handgepäck nicht reingepasst hat. Ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Wo ist der jetzt? Ja, da steht er. Das ist sein Handgepäck. Ich habe ja letztes Mal angeschaut. Das ist ein Handgepäck. Ja, ja. Der wundert sich, dass er das nicht reingepasst hat. Also nicht mal das gilt eigentlich als Handgepäck. Und das? Oh, das ist ein Koffer. So, das ist dein Handgepäck. Du wolltest den Koffer rausschmeißen. Das ist dein Handgepäck? Ja, natürlich geht der nicht. Alter Maul. Also du bist echt ein NPC. So Leute, wir haben jetzt die Fortnite-Gang. Wow. Wir fahren jetzt in die Innenstadt. Wir fahren jetzt in die Innenstadt shoppen gehen. Wir sind alle reich. Wir sind alle reich. Wir sind rich. So, also nochmal. Wir gehen jetzt kurz in die Innenstadt. Haben so zweieinhalb Stunden zu killen. Die ist so zehn Minuten entfernt. Gehen ein bisschen was shoppen mit den Kids jetzt. Ja, und dann holen wir Vardial und Amar ab. Und Serhat. Und dann fahren wir alle zusammen nach Schweden. Cool. So. Dürren brauchst du auch? Was? Ist das? Gepäck? Ja, aufgeruhrt. Oh mein Gott. Er hat mich fett angespritzt, Mann. Du bist ein Halb. Ja! Oh mein Gott. Brauchst du auch? So, gratis V-Bucks. Okay, wir schauen jetzt mal, ob Lenny schielt. Okay, zeig mal. Ja, natürlich schielt ich, wenn es so nahm bei der Kamera. Schau mal in die Cam dann. Okay, mach mal Augen zu. Und jetzt. Ich stehe. Ja, aber so schelst du. Jetzt diskutierst du, ob Lenny fett geworden ist. Du bist so blöd. Ich stehe ja so gerade. Du kannst nicht sagen, du hörst ja so wie du nicht stehst. Das ist ja komplett dumm. Das ist so, als wenn du sagst, Felix redet man normal. Dann redet er normal. Und dann kannst du ja nicht sagen, ja, aber so redest du ja nicht immer. Weißt du, das ist ja so, als wenn ich ansteck. Ich schläng mich jetzt auch an. Nein, also wie. Wie redet Felix? So gut jetzt. Und dann zeigen. Ja, okay. Ja, ist ein kleineres Bäuchlein. Ja, ist auch gut so. Du hast Zero Pussy. Ja. Ja. Ist das echt Zero Bitches, Bro? Ja. Ja. Oh mein Gott. So richtig aus. Bitte sag ich mal, diese schielende Foto. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, oder? Das sieht schlimmer aus dem Handy, aber. Okay, gut. Es ist echt ein bisschen schlimmer, wenn die aber. Das sagt gar nichts. Das sieht aus. Ich sehe aus wie Rompelecki im Biss. Julian. Ich bin hier an der Slash-Maschine und der ist die ganze Zeit am Bildern. Das macht ihr Leben. Das macht ihr seit drei Minuten. Mmmh. Ah, hier am Frost. Aber schau mal. Kennt ihr das? Das ist ein satisfying Video. Schau mal. Das macht satisfying. Das bringt dich oben hin. Ein bisschen geht noch, oder? Alter, was hast du denn jetzt machen? Chad, wie rated ihr mein Slashie? Chad. Ich esse das dir in drei Minuten auf. Ich nehme auch zwei Strohhalme mit. Jetzt meine Pappe schmeckt. Naja, stimmt. Das ist echt smart. Abgezogen. Den Laden hier komplett abgezogen. 5 Minuten aufessen. Was? Und das um 2 Minuten aufessen. Das in 2 Minuten? Ja. Bunte Scheiße kriegst du nicht. Mach mal eine Wette. Bunte Scheiße? Ja, um 100 Euro. Ich bin komplett komplett komplett. Okay, wette nur mein 10er. Nein, 100 Euro. 100 Euro, ich mach nicht. 2 Minuten. Bro, instant. Ich finde, Bro, ich esse das wie Scheiße legit. Nie im Leben. Ich schaffe Zeit. Ich wette nicht, weil es würde gehen, aber Hirnfrost ist sehr crazy. Ja, okay, lass 10 Euro machen. 100? Bro. Nein, mach 2 mal machen. Ja, 15, äh, die 15 Euro, die du mir schuldest, okay? 100 oder nicht? Das ist fast. Das ist fast. Ich hab dich mal verarscht. 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 Ich hab Angst jetzt. Komm, Leit Grinch. Okay, deine Mutter ist... Okay, fast Bro. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, Leit. Nee, bitte lass. Das ist echt grill. Da wurde ne Smoke reingehaut. Omen Smoke. Guter Witz, oder? Guter Witz. Ne Omen Smoke, Bro. Bro, was ist das so? Komm, Leit. Okay, wer zieht dran? Was ist das? Hotbox, Bro. Wer zieht dran? Hier hat jemand gehotboxed. Sorry, I'm first class flying, okay? Hast du den Kulti gelassen, Digga? Sehr hat den Türk hier gelassen. Oha, Blogger. Hier mein Schild. Ich weiß, wer angekommen ist. iPhone-Vlogger. Und noch ein anderer Blogger. Krass ist iPhone, Digga. Zack. Moin. Moin. Alles gut? Ja. Wie geht's, Alex? Moinsinn. Alles klar? iPhone-Vlogger? Ja, die ist komplett krass. Geil, oder? Hast du das 14? Ja, das 14. 14! Das Pro Max? Okay, 14 Pro, ja. Alter! Was ist das denn? Versammeln auf einmal. Holy shit! iPhone-Vlogger? Das hat er grad zu viel gesagt. Guck mal, die Söhne. Ganze Familie. Ganze Familie. Hör auf meinen Aschertricker, Alter! Yes! Yes! Ja, der Mann auf den Nullischuhren. Bitte schlafen mit dir, sonst. Könnte man auch mal wieder upgraden, ne? Könnte man auch. Hey, wir sind bald ein Saudi, ne? Drei, zwei andere Sandy sehen? Guck mal, hier in die Kamera, siehst du? In die Kamera? Fährt sich raus. Der Multi-Millionär hat sich endlich ein iPhone gekauft. Wie heißt das? Show me, bro. Ich hab auch neu raus und so. Echt? Oh, ja! Mach nochmal, mach nochmal. Nein, rechts mit dir kann man das nicht. Schau, komm mal rein geschützten. Ja, nein. Brauch für ein Fact, Digga. Das heißt bei jeder. Ah, nein. Mach eine Kamera aus, Digga. Haha, Digga, du schlägst auch mit voller Wucht. Nein, du schlägst mit voller Wucht immer rein. Doch! Guck mal, jedes Mal klappt. Und jetzt mit dir? Ja, schnell. Du bist so ein Opfer, bro. Bring dich weg. Hör auf den Bus, du Huren. Okay. Boah! Ja, Digga, so einfach, ich sag's. Immer wieder. So, vorne zuletzt. Ja, schau, ich bin krass. Okay. Bis die Sonne wieder lacht. Und dann sind wir wieder bumsbar. Keine Wild, keine Jungs da. Wir fahren heute die ganze Nacht zusammen. Bis die Sonne wieder lacht. Und dann sind wir wieder bumsbar. Das ist der erste Mal. Danke für den Applaus. Danke für uns selber, Jungs. Geil gebraucht. Feiert aus Schweden, äh, McDonalds. Nihil Trombo. Es kracht hier rum, Feiert. Hat hier geschlafen? Guck mal, was der für Hände hat. Hör auf jetzt, Bro. Oh, ich muss meine ganze Kraft usen, Alter. Ich fang auf zu. Du hast gepennt? Ja. Äh, wirklich? Boah! Okay, deine Mutter ist nicht. 10 Euro? Ey, 10 Subs. Nein, Mann, der ist komplett abgelaufen. Mama, der will mich vergiften. Anne, Anne. Komplett, wenn ich das trinke. Aber stimmt doch nicht. Schmeckt's, Alex? Ja, Mann. Bist du jetzt glücklich? Ja. Du mal so, als ob du jetzt glücklich bist, der Gab. Was hast du gegessen, komm? Nix. Okay, Ende Kappe. So, angekommen. Eins davon ist unser Haus. Hier werden die Bitches eingeladen. Stimmt's, Lenny? Ja, Frauen! Yes, Frauen, oh! Mama, Frauen? Ich enthalte mich. Ich bin enthaltsam. Digga, was ist das für eine Kluft hier, Digga? Ja. Schwul. Das ist totgeil. Man muss sich mal so einen ganzen Block mieten, Digga. Digga, das ist diese Grove Street von GTA. Das ganze Crip. Geh mal rein. Ich bin fast gestolpert. Oh, Mann, wir sind in einem Haus. Aber es kracht. Es kracht jetzt schon, Leute. Ach, Digga, das ist noch mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Bin ich hier bei Ikea, oder was? Hä, Mann, wie scheiße. Mann! Da werden die Frauen dann sein. Boah! Hä, wir haben so einen Bauernhof. Ich geh mal. Wir schauen hier mal drauf. Oh, da dippte ich gar nicht. Bitte, Klubschi. Kann Klubschi das bitte anziehen. Das Ding ist Klubschi, passt da rein. Wie Philipp, was? Da, 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 da. Und unten. Boah, wir haben das auch wieder bei Du. Ja. Aber das ist halt nice. Weil er hat so richtig, ähm... What the fuck? Nein, okay, nein, nein, nein. Okay, okay, wer gewinnt, kriegt 5 Euro von mir. Nein! Nein, ich gewinnt, du kannst gewinnen! Hilfe, okay. Wer als erstes auf dem Boden liegt. Oh! 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 Hä, wie? Hä? Kein Sex bitte? Oder doch? Nein, das ist echt respektlos. Hä? Liegen, liegen! Es muss liegen! Oh! Wer liegt als erstes? Oh! Wer liegt als erstes? Nein! Die haben wir jetzt schon gebunden. Digga, die würden uns jetzt schon rausfallen. Ah! Okay, 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 okay. Oh, einer liegt. Okay. Lenny hat abgeklappt. Deine, wir sind so nett und gehen mal mal das Master. Ja, wir haben eine... Alter, wir haben eine... Oh! Digga, wir haben einen Beamer! Ja, ja, ja. Wir können hier Fortnite-Strets uns anschauen. Oder Puff! Oder Puff! Oder Pornos! Zusammen mixen! Pornos! Geil! Du auch, Sert, gell? Achso, nein. Bro, hier saufen wir uns! Ey, lass uns mal hier! Nicht saufen! Oh, die schmeißen! Digga, Wave wurde letztes Jahr schon rausgeschmissen. Two for two? Two for two? Back to back, hä? Jo, mein Freund kann backflip! Okay, Leute, wie im letzten Wave-Log im Sommer habe ich einen Backflip gemacht. Jetzt hier auch. Hoffentlich bricht's dir das Genick! Drei! Boah, das ist ein Rick-Crazy-Trip! Drei! Zwei! Eins! Go, Daddy! Boah! Noch einen, komm! Drei! Zwei! Eins! Dang'em! Und alle guten Dinge sind drei! Drei! Zwei! Zwei! Ein! Dang'em! Diese Karte nicht in die Hand! Er will, dass ich sie in die Hand nehme! Du bist gar ein Fußballtrainer! Versteht ihr das? Versteht ihr das? Er denkt nicht mit! Ja, du musst rechts! Mach rechts und run! Du bist der Beste! Das kann nicht sein! Mehr über die Führer spielen! Mehr über die Führer spielen! Das kann nicht sein! Bro! Meine Seite! Okay, wir spielen jetzt! Hochhalten! Verlierer kriegt Ausschnitt! Ich weiß nicht! Okay! Nein! Das ist mein Eindruck! Das hat meine Oma bei mir gemacht! Nein! Nein! Ah! Ah! Zwei Fitt! Zwei Fitt! Oh! Okay! Hört mich zu! Ich geh für den Ball, der in der Mitte ist! Und was soll ich sonst machen? Oh! 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 Die hauen mit das Hausgeist! Da da! Slappen wir auf! Nein! Also du kannst hier, hier, hier! Ey! Nicht oben! Oh! Okay! Ich bin direkt danach! Pssst! Ruhe! Ich mach jetzt einfach! Pssst! Muss das klingen oder was? Pssst! Ui! Mach das nochmal! Mach das einfach rückwärts! Ja, nice! Okay! Bei mir wird's halt gar nicht gehen! Das zählt! Das zählt! Häh? Übertreiben! Oh shit! Oh jetzt wird's respektlos! Alter! Boah! Ich bin! Digga! Okay, noch ne Runde! Oh! Was ist das denn? Weiß! Weiß von mir! Oh! 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 Das ist richtig! Oh! Ja, ne warte! Mach anderes so! Das ist der dumm Digga! Der kann morgen nichts hören! Uuu! Ich muss meine Konkurrenz für morgen anhause! Alter! Okay! Ich kann's gar nicht einfach da! Nein Bro! Du hast das oder? Ja! Achso! Ist egal. Au, wenn du das machst. Also du stirbst. Nein, ich hab den nicht getroffen. Er gibt gleich voraus. Warte, warte, anderes war anders. Tut das so oder wie? Au, alter, guck mich. Nein, das war so schlimm. Mach ich mir ein bisschen viel mehr länger. Ja, Mann. Er streichelt ihn. Warte, kommt Lenny dran dran, oder? Oh, nein. Und jetzt musst du überlegen. Zwei Fußballer haben das bei mir gemacht. Zwanzig Stück. Marius Wolff und so ein Ex-Mönchengladbachspieler. Ah, zählt aus einer? Ja, ich hab noch zwei. Und einer hat mir sogar Faust gezogen. Digga, das bockt nicht. Hier sind viel zu viele Frauen, das bockt gar nicht. Wo sind die Männer, Bro? Wo bleiben meine Männer? Ah, wir finden da jetzt irgendwie, glaube ich, die Lootboy-NPCs. Gar kein Bock auf die. Guck mal, mit irgendwelchen Mädchen. Chichi! Chichi! Boah, Kylie hab ich in. Boah, wie geht's? Ah, warum schlägt sie so hart auf meinem Rücken? Das ist gut. Das geht auch. Alles klar. Kühlen! Servus. Und, alles fit? Ja. Moin. Wir sind irgendwo am Strand, haben irgendwie alle getroffen. Achtung! Hey, hey, hey! Ich hab... Digga, ich hab dann schluckt. Ich weiß doch. Ja, weiß doch. Der hat die Konkurrenz wechselt. Einer weniger. Oh! 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 Oh no! Oh no! Schlägerei at the Dreamhack. He's sixteen! Ration sixteen! Bro! Bro! Was machst du da? Digga, was wacht er da schon wieder? Ich steh. Was? Bist du nicht vergeben? Ja, aber... Boah! Das ist krank. Das ist krank.